Nein, das war nicht die Heilung! Scheiße! Oh, eine Granada neben mich geworfen ist. Ja, ich, aber ich zünde sie nicht. Shit. Falsche Taste, das ist ja bitter. Geh mal weg. Bist du weg? Wer dich hat, war keine Feinde. Ja, ich glaube auch. Wollen wir mal kurz gezündet. Beim nächsten Mal gibt es dann Heilung, die ist dann auch startklar. Oh, da ist er. Okay. Bist du denn, sag mal. Bist du hier irgendwo lang gerannt? Hier. Ich bin gerade hinten rum gerannt. Wenn du immer weiter weg rennst, kann ich keine Heilung werden. Nee, ist in Ordnung. Oh mein Gott, da kommen ganz viele. Scheiße. Geh mal weg da. Wieso? Hier ist doch Heilung. Ist doch alles super. Ja, da kommen auch 50. 1000 Gegner. Würde gerne da stehen bleiben. Ja. Hey. Okay. Zwei sind hin. Drei. Oh, da ist noch ein an Lila. Oh, scheiße. Geht auch nicht mehr neutralisiert. Oh, da ist das super. Easy going hier. Das Schlimme ist, ich finde jetzt ab und zu mal lila Waffen, aber das sind immer nur irgendwie Maschinengewehre. Die brauchst du nicht, ne? Nee, nicht wirklich. Stufe 28, ja. Cool. Stimmt. Geradezu sind wir Schwergegner. Da lohnt sich die Granate gerade gar nicht. Na komm! Ach, Granate kommt, ey. Der erzählt. Oh mein Gott. Ey, oh fuck, na das war ja wieder. Dir geht es aber auch nicht mehr so gut. Warte. Heilung liegt. Ich stürze mich immer zu gerne ins Tümmel. Du gehst dabei drauf. Das gehört dazu. Oh, hier von links. Und ich darf dann wieder zurennen und dich retten. Ja, damit du ein bisschen was davon hast, weißt du. Nicht, dass du aus der Übung kommst. Sag mal, von links. Da kommen aber noch welche von der Seite jetzt gleich wahrscheinlich. Ja, von links. Ne, da ist nichts zu sehen. Hm, also noch wird so rot angezeigt. Aber da sind sie doch. Da kommt noch einer. Ja. Es sind drei. Ich war schon zweimal in Korea und ich weiß, dass echte Soldaten sich nicht wie dieses Last Man Battalion verhalten. Ey. Sperren Leute ein und schlagen sie zusammen. Die haben keine Ehre. Richten sie denen aus, dass sie nicht einfach unschuldige Bürger aus ihren Häusern schmeißen können. Verstanden? Ja, so ist das. Okay. Ziel erfüllt. Zivilisten retten. Boah, wir haben gleich hier zwei Missionen nebenher erledigt, die wir eigentlich gar nicht machen wollten. Schon ganz geil. Ich finde das hat was. Geisel-Rettung und JTF-Fürzen beschützen. Wenn man eh schon auf dem Weg ist, hier ist die Tür. Na, kommt raus. So, im Bekleidungsgeschäft können wir gleich ein bisschen Stoff mitnehmen. Mhm. Ist noch ein Medi-Kit? Den guten Stoff. Das gute Zeug. Das gute Zeug. Das ganz gute Zeug. Na? Sehr schön. So, die dritte Tor ist irgendwo da hinten. Eigentlich? Mary Hill? Bereich sicher. Irgendwie bei der nächsten links sind auch schon wieder... Ach, hier. Leute. Hier ist irgendwo eine Gang unterwegs. Da ist bestimmt wieder so ein Typ dabei, der gutes Zeug droppt. Ich kann... Ach, jetzt. Bestimmt wieder so ein gelber oder so. Ja, geil. Dann lass uns den doch mal klatschen gehen. Ja, die Frage ist, wo? Na, das rote Kreuz? Mal verfolgen. Das rote Kreuz ist ein Sterbeort. Das ist mein Sterbeort? Ich dachte, das wäre noch irgendeine geile Markierung. Schade. Hier ist irgendwie Cloud-Daten. Na? Keine Ahnung, wie diese hohe Söne war! Aber die hat schon total abgefahrene Sachen gefunden! Scheiße! Ja! Sieh dir das ab! Ist doch geil! Sie lief direkt auf uns zu und wir haben sie geschnappt. Wir sind jetzt in der 140. Ja, okay. Wir kommen jetzt zu euch. Wir haben Beute im Schlettau. Beute. Menschenbeute. So. Und wie geht es jetzt hier weiter? Gute Frage. Ähm... Harder aus. Der Bereich ist abgeschlossen. Also hier steht jetzt noch bei mir Teil 5. Oh, warte mal. Warte mal. Da sind Gegner. Also ich habe die irgendwie noch nicht abgeschlossen. Die Murray-Geschichte. Oh, fang geradezu. Scheiße. Wieder super ungünstig hier. Alter. Ich treffe ihn überhaupt nicht. Lebt der noch? Der hinterm Dings... In der Bushaltstelle ist tot. Okay. Ey. Jetzt verpisst er sich. Oh! Es sind vielleicht zwei. Drei. Okay. So, dann... Also bei mir steht immer noch Teil 5. Ja, Teil 5 habe ich ja noch nicht. Wir haben einfach Teil 4 gemacht. Ach so. Gut. Teil 5. Geht es eigentlich geradeaus? Wo ist der denn? Ähm... Ich glaube, das habe ich beim Echo gekriegt. Ach, da hinten ist Teil 5. Ganz da hinten. In der nächsten Zone. Hier gibt es Munition? Ne, das ist keine Munition. Ne, aber... Ne, stimmt. Hä, was waren das? Einfach nur... Ne, das sind ganz normale Plünderkisten. Oder Items zum Plündern halt. Das können Rucksäcke sein. Das können Kisten sein. Ja. Sonstig ist das halt nicht so genau definiert. Mineralwasser. Einmal hier durch. Das sind Leute von uns. Das ist schon mal gut. Ein bisschen sicherer. Mehr oder weniger. Ja. So, einmal hinten durch und dann können wir direkt ins nächste Gebiet. Ich weiß gar nicht, was ist das für ein Level? Das nächste. 27 bis 28. Ja, das reicht ja. Ja, sind wir doch voll drin. Ja, wenn du nicht immer vorne rein rennst und stirbst, dann wäre das kein Problem. Dann klappt man das. Hier könnte man rein. Weiter geht's. Ich wollte dann mal gucken. Nein, hier wird nicht geguckt. Hier wird nicht rumgucken. Ja. Ja, mein Gott. Wo kommst du denn her? Ja, siehst du. Ne? Das passiert, wenn man gleich weiter rennt. Oh Gott. Das sind immer viele. Vermehrt sich immer spontan. Ja, ich glaub auch. Okay, einen hab ich erwischt. So, ich hab hier, ne, den Boost an. Oh, da macht man aber wirklich schon deutlich mehr Schaden. Na, 50% mehr Schaden. Schon krass. Kommt da jetzt noch irgendwo wer? Von da drüben. So, alle down. Vorne ist was blaues. Das muss ich mir mal kurz holen. Wir müssen eher eh da lang. Die ballern sich schon wieder irgendwo. Ich glaub, hier liegt's um ne Ecke. Nein, wir müssen gerade auf. Schon wieder wildes Gemetzel. Nein, wir müssen gerade auf. Ich glaub, die stehen auf der Treppe. Äh, auf der Treppe. Oh Gott, mein. Ungünstig. Da sind sie alle. Ja komm, genau. Schön die Rübe hier vorzeigen. Hey, ich steh da neben mir. Oh, von da drüben kommen auch noch welche. Komm mal weg hier. Komm mal hinter. Scharfschütze. Ja. Ich geh auf die andere Seite. So, ich werf ne Granat rein. Ey, scheiße. Da hat er aber gut gezielt hier. Oh, hier kommt er angehumpelt. Was treffen die denn so gut hier? Ist ja unverschämt. Oh, scheiße Granate. Hm. Ja, scheiße. Aber ich kann mich selbst heilen, hoffe ich. Oder auch nicht. Warum brauchst du denn immer Hilfe? Sag mal, ey. Ist ja nichts im Aushalten mit dir. Doch, doch. Wie habt ihr denn bitte die Granate hinter geworfen? Ja. Ne? So. Schöpfer. Mich hat sie auch durch ne Granate zerlegt. Warum kann ich mich hier in dem komischen Ding nicht verstecken? Was soll denn das? Was für ein Scheiß. Ungültiges Ziel, ey. Da hinten erwischt man die überhaupt nicht. Moment. Ah. Die verstecken sich da hinten alle. Die muss doch kurz hier auf dem Ecke. Na. 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 Na komm, zeig dich. Oh, nicht getroffen. Okay. Ja. Okay. Ja. Einer ist down. Ah. Bleib doch mal stehen hier, Freunde. Aber wirklich. Okay. Der zweite. Ich hab noch zwei Schuss mit dem Scharfschützengewehr. Das ist nicht viel. Echt? Ungünstig. Na ja. Okay. Nehmen wir halt die normale Sturmgewehr. So. Und hier der Kleine. mit der Granate. Der kriegt jetzt erstmal auf die Fresse. Verschwinde. Der ist doch nicht stirbst. Da drinnen. So. Oh. Feindpräsenz entdeckt. Shit. Ah. Krass. Ich geh in Deckung. Ja. Ich hab ne Granate reingelegt. Ein bisschen halt nimmer ran kommen. Hab ich überhaupt Schaden genommen. Ach. Scheiße. Die sind teilweise gelb. Okay. Den ersten hast du schon. Ja. Da hat er jetzt aber schlecht getroffen. Alter. Aua. Wie hat er denn da so Schaden gemacht? Ist das so ein Heilkit? Ja. Ja. Kommt. Danke. Bitteschön. Okay. Wo ist denn der Letzte? Na der hockt da hinten hinterm. Da heil ich erstmal. In der Theke. Oh fuck fuck fuck. So weit wollte ich gar nicht rein. Nein. Oh scheiße. Bist du ready? Ja. Alles gut. Ich hau hier schon rauf. Ich berf mal kurz und feuer frei. Keine Munition mehr. Leck mich doch. Ach du scheiße. Ich brenne. Ja. Warum? Scheiße. Hast du irgendwie eine Brandgranate geworfen oder was? Ich hab gar nicht so. Das war der Typ. Ah fuck. Ja ich lieg jetzt hier rum. Keine Munition mehr. Ich komm raus. Okay danke. Ja dann nehmen wir jetzt halt hier Schrotflinte. Schön dass ich gerade gebufft habe und du just in dem Moment gestorben bist. Ja das war super. Es geht halt immer schief aber. Naja ist gleich dauernd. Schrotflinte ist ja immer okay. Ja okay. Was lila ne. Sehr schön. Toll bei mir ist es grün. Bitter. Du bist ja auch gestorben. Du hast kein Skill. Ein Rucksack. Schützenrucksack. Und das ist aber richtig. Weißt du? Geiselschlüssel da vorne. Ach der ist oben. Na dann. Jetzt hör auf so Flender drin. Hä? Saß noch nicht drin. Scheiße jetzt wird das Schrotflinte hier. Ist ja mal öle. Ist ja geil. Ja aber auf die Entfernung. Du rennst doch eh mal vorne rein. Dann kannst du doch gleich vorne das Schöpfchen aufräumen. Okay. Wenn du das so sagst. Dann genau. Ausschüssen habe ich. Gewohnen aufmachen. Ach man. Ja ich meine man muss das ja ein bisschen optimieren. Wenn du schon nicht lernst hinten zu bleiben. Dann wechsle ich einfach die Waffe und. Dann einfach die Taktik wechseln. Ja los raus mit euch. Ja jetzt läuft zu. Ich will looten. Ist ja auch Loot drin. Wahrscheinlich nicht. Los raus mit dir. Ja sieht gerade nicht so aus. Ey ehrlich. Nischt. Hallo. Kein Loot. Schade. Jedes noch eine Kiste mit Stoff. Dann werden wir gleich mit. Der gute Stoff wieder. Hm. Ich bräuchte. Munition. Munition bräuchte ich auch. Ich bräuchte vor allem noch ein paar Medikits wieder. Hab nur noch zwei. Ich hab noch vier. Ich hätte mich auch heilen können vorhin zwischendurch. Ich glaube draußen rennen schon wieder Typen rum die uns ins Leder wollen. Hm. So. Da gerade zu glaube ich. Ja von rechts. Oha da ist eine Heilarbeit. Scheiße. Ich will mich nicht mit den Cleaners anlegen. Ich sag mal so meine Schrotflinte hat ein gutes Ziel. Eine gute Zieloptik hier. Nicht schlecht. Oh. Bam. Ja kommt doch mal her. Machen wir so. Na siehst du wie geil die ist. Ja die ist schon geil. Die macht halt Dickschaden. Die Entfernung. Au. Mach weiter Druck. Ja ey komm. Nachladen ist natürlich immer so das ungeilste. Aua der Dusche auch noch ne. Aua Aua. Oh der lädt erstmal nicht mehr nach der gute Jacob. Da drüben ist noch einer. Okay der ist auch down. Der läuft doch. Läuft. Entspannt. Uh Scharfschützengewehr Munition. Dafür dass wir eigentlich hier noch die Leute suchen wollten ne. Das Team Nobel. Ja ne. Das kann man ja alles nebenher machen. Weil hier liegt echt viel Munition rum. Das ist immer ganz cool. Ich brauche eine Munitionskiste. Das wäre geil. Ja die wäre noch viel geiler. Stimmt. So weiter geht's. Immer heiter. Weiter. Turtle Bay. Entdeckt. Oh ich laufe schon wieder voll in die falsche Richtung. Habs aber selbst noch gemerkt. Mal ganz was Neues. So wir müssen hier ins Haus rein auf jeden Fall. Jo. In den Bereich durchsuchen. Du bist am Start. Ja bist am Start. Mal gucken ob hier wieder irgendwelche offenen Türen sind. oder was mit dem Dietrich. Ich habe glaube ich noch zwei. Alles voll gemalt. Boah sieht das hier aus. Hier haben wir ein richtiger Horst wie die Luppen hier. Naja. Ich meine. Was machst du denn in so einer Zeit? Ja hallo. Da räumt keiner mehr auf. Ich würde aber nicht in so einem Saustall hausen wollen hier. So ein Messi like. Ah hier ist ein Echo. Auf dem Flur. In den Kopf. Brutal. Und das hätte jeder von uns sein können. Kann auch passieren wenn wir nicht aufpassen. Ich hatte gehofft wir könnten sie erreichen. Wir hätten ihre Hilfe wirklich gebraucht. Aber irgendwas war mit dem Mädchen. Ich werde ihr Gesicht mal durch unsere Datenbank jagen. Vielleicht finde ich was. Mhm. Mhm. Die sind auf jeden Fall schon mal Geschichte wenn ich das richtig interpretiere. Ja. So sieht es zumindest aus. Ja dann können wir wieder rausgehen hier. Jo. Moment. Einsammeln. Was? Was hast du da zum Einsammeln? Das Echo. Achso. Hattest du die Punkte noch nicht gekriegt meinst du? Jupp. So. Haben wir da irgendwas in der Nähe vielleicht? Wollen wir mal gucken. Schauen wir mal. Was ist denn hier los? Dark Zone Eingang. Grand Central Station. Aber die wäre jetzt nicht... Ach hast du was ausgewählt? Labordaten? Labordaten ja. Grand Central Station ist halt noch eine Mission. Die würde ich jetzt sehr ungern machen. Los los. Die sind nicht einig. Will ein paar kranken Akten aus einer Praxis hier in der Nähe. Der Kram ist natürlich digital und die Computer sind nicht an. Also kommt da keiner ran. Bis sich jemand traut da rein zu gehen. Die Dinger anzuschalten und sich die Aufzeichnungen entknappen. Und sich die Aufzeichnungen entknappen. Die Versicherungen werden sicherlich entzückt sein. Meinen sie nicht auch? Dann gehe ich halt hoch. Ja. Das mache ich auch. So ist ja schön dass es auf beiden Seiten Leitern gibt. Sehr gut. So erstmal eine Granate zur Begrüßung. Ich schalte sie aus. Ja. Ich schalte sie aus. Ich schalte sie aus. Ich schalte sie aus. Ich schalte sie aus. Kommt schon. Uh. Müssen wir aufpassen. Heilung liegt rum. Da kommen aber schon wieder viele Typen. Irgendwie schon, ne? Ich kann glaube ich auch wieder mein Präzisionsgewehr nehmen. Ich mache den Heiler kaputt. So. Der ist down. Wo ist er denn? Ich sehe gar keinen mehr. Hat er drüben. Ach rechts hier auch noch. Dann nehme ich den. Der liegt. Oh der liegt. Es kommt auch noch ein Typ angelangt. Ja. Den habe ich schon im Visier. Ja. Ist down. Ja. Ja so ein Überraschungsmoment von oben hat schon seine Vorteile finde ich. Ja. Von oben mitten ins Gesicht ballern. Ja. Weiter. 59 Schuss habe ich noch. Besser als nichts. Ich habe auch nicht mehr so viel. Ja. Für die Mission soll es noch reichen. Ja. Ich will immer zu weit laufen. Aber vielleicht finden wir oben unterwegs vielleicht noch Munition oder sowas. Ja. Wobei die Munitionskisten direkt unterwegs eher selten sind. Ja die sind bei Missionen. In welchen Gebieten wo wir sowieso hin müssen. Oh. Aber man will halt auch nicht immer zum Safe House. Ja vor allen Dingen. Weil da jetzt wahrscheinlich nur eine kleine Mission kommt wo nicht so viel los ist. Sag es jetzt. Agent. Wir haben Funksprüche des LMB abgefangen. Offenbar haben die dieselbe Botschaft des Immunologen erhalten wie wir. Durchsuchen sie das Konsulat und wir zu sehen. Wir melden uns wenn wir mögliche Verstecke identifiziert haben. Da sind welche. Hier hinter bestimmt. Oh. Alter scheiße. Da rennen wir doch wieder rein. Oh da kommt noch ein Gelber. Feuer nach Belieben. Oh oh. Da hab ich irgendwas getroffen. Oh links sind auch noch welche drin. Ähm. Bist du denn noch in meiner Nähe? Ich buff jetzt nämlich mal. Naja. Buff ist raus. Alter. Ja komm. Oh scheiße ist der. Wo ist der denn? Fuck. Komm raus. Vogel. Hinten rechts sind sie noch ne? Nein. Oh shit 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 shit. Was ist denn das? Alter. Weg. Oh mein Gott. Weg. Nein. Warum? Wenn du den down kriegen solltest dann kann ich mich selbst heilen. Okay dann kann ich ja nach vorne gerade. Oh ne kann ich nicht. Shit. So ein shit ist schon praktisch. Ja besonders weil es weg ist. Ja. Guck mal hier. Hier ja. Hinter dir. Danke. Ne ich nehme jetzt hier. Strohflinte und. Achso hast du schon. Dahinten. Das ist immer geil wie die. Weißt du wenn du die ganze Zeit drauf ballerst mit der Pistole. Was ist das denn? Und die immer noch irgendwie koordiniert treffen können die anderen. Oh. Granate. Ist ja nicht mehr. Vorsicht. Raus da raus. Ja. So ich buff mal. Ja. Ja. Und gib ihm. Ja. Oh das sind zwei. Vorsicht. Oh scheiße ich krieg schon wieder dick auf die Fresse. Aua. Ach von der drin schießt auch noch einer. Ja. Verdammt Acke. Alter. Geht das hier auch mal klar jetzt heute oder was. Ach. Und die Granate voll scheiße gesetzt. Richtig gut. Shit. Shit. Uiuiui. Freunde. Erstmal kurz hier heilen. Vielleicht sollten wir es mal links den Typen machen. Ja. Von rechts ja. Der läuft gerade nach rechts. Vorsicht. Aber links ist noch ein Lila da drin. Ja. Ich weiß. Ich geh rein. Hm. Ich guck mal wo der andere gerade rumstreucht. Ach da drüben am LKW hockt ja. Das ist geil. Ich treffe ihn durch die Fensterscheibe. Richtig gut. Oh shit. Alter nein. Ich bin ungünstig. Hier. Hast du den down? Nee. Leider noch nicht. Scheiße. Schießt schon wieder. Okay. Ich geh rein. Der ist noch drin. Vorsicht. Der ist noch drin. Okay. Ist down. Okay. Der ist noch ein Lila da. Ich versuch meinen Kopf. Zum Glück. Noch ein Lila da? Das heißt es sind ja noch drei. Wir haben zwei Gelbe und noch Lila da. Alter und der hat sein Scheißgeschütz. Warte mal. Ich werfe eine Splittergranate. Oh. Der hat eine zu mir geworfen. Ey. Mann explodier da mal du Scheißteil. Okay der mit seinem MG ist weg. Ja. Weil da vorne sind noch zwei Gelbe. Granate fliegt nach hinten. Ich hoffe irgendjemand nimmt Schaden von denen. Im Haus ist keiner mehr sagst du? Nee. Oh mein Gott. Oh fuck. Hier steht eine Granate. Weg hier. Mann. Das geht manchmal einfach immer nicht. Mit dem Wegrennen. Komm zu dir. Hm. Kennst ja schon. Vielleicht geht das auch schon ab dort wo du stehst. Dann stehst du halbwegs sicher. Dankeschön. Ist doch gut da draußen mit den Granaten. Noch nicht. Oh nächster down. Okay der hat nicht mehr viel. Der blutet auch. Ja. Er ist down. Okay sauber. Du wirst schon ein Unterschied jetzt von der Schwierigkeit her. Muss man einfach mal sagen. Level 27, 28. 1.870 Level 26. Was? Einer steht noch? Was? Ausgeschieden? Einer da oben. Einer war gerade verwirrt. Der hat mich gerade echt verwirrt. Uiuiui. Ja. So. Zurück zum Büro erlangen. Ja. Einmal nach oben. Uiuiui. Wo geht es denn hier hoch? Gibt es ja vielleicht einen Fahrstuhl oder müssen wir die Treppe nehmen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube hier vorne ist irgendwo die Treppe. Ah ja. Sehr schön. So. Einmal nach oben. Jo. Wahrscheinlich kommen wir dann direkt raus und kriegen direkt in die Fresse, weil irgendwie andere Typen noch vor der Tür stehen. Hallo. Okay. Ich gehe rechts lang. Ja. Dann gehe ich mal geradeaus. Ich höre irgendwen. Ich auch. Aber nur ganz kurz. Ei, 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 ei. Ne, ist das noch? Hallo? Hier kommen wir aber auch nicht rein. Dann müssen wir glaube ich vorne rum. Oh Gott. Hallo Freunde. Was sind gleich so viele? Ne, aber hier, hier hinten, hier. Ne, aber hier, hier hinten, hier. Ne, zurück, 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 zurück. Ja, bin da, bin da, bin da. Oh mein Gott. Hallo. Ach Gott. Hier, Granaten werfen ist einfach eine Scheißidee in so einem Gang. Mh. Einen Medi-Kate habe ich noch. Einen Serverraum suchen. Ich habe noch zwei. Also wenn du eins findest, nimmst du hier. Ach hier ist irgendwas. Na wir müssen jetzt die Labordaten finden. Die sind in irgendeinem Schrank drin. Also hier schon mal nicht. Aber wir können alle Schränke durchgucken. Okay, sehr schön. Na dann. Die Tür zum Serverraum öffnen. Ja, hier hinten. Warte mal, warte mal, warte mal. Ach so. Hier rennt auf jeden Fall irgendwann da rum. Ja. Die Kur zum Serverraum finden. Ja. Kann man immer noch in Schränke gucken. Oh, hier ist eine blaue Kiste. Ah cool. Kommandopanser. 675 Rüstung. Uiuiui. Das glaube ich doppelt so viel wie das, was ich gerade aktuell habe. Nebeneinsatz abgeschlossen. Das war die schlechte Reaktion, die je aus der Praxis von Dr. Katz kam. Das sage ich Ihnen. Allein die Anmeldeformulare. Na unwichtig. Ich will da nicht drüber reden. Einen Kompensator bekommen als Blaupause. Nicht schlecht. So, ich würde sagen, das soll es auch gewesen sein für heute. Ja, das würde ich auch sagen. Wir sind schon wieder durch. Einiges umgelegt, einiges geschafft vor allen Dingen auch. Und neue Ausrüstung bekommen. Wir müssen uns mal ein bisschen ausrüsten jetzt. Ein bisschen optimieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier, würde ich sagen. Bis dann. Schönen Tag. Ja, genau. Bis dann. Ciao. Ciao.